Hallo liebe Leute, ich bin Harkomich 1, 12 Mal Songs, Let's Plays und crazy Unterhaltungsvideos. Ich habe mir gedacht, heute geht es wieder weiter mit Gangbeasts. Und warum ich so schnell jetzt auf einmal rede? Ich hatte eine Folge gemacht, die ging 15 Minuten lang, aber leider ist da ein Fehler unterlaufen. Und deswegen muss ich die Folge nochmal von neu machen. Und ich habe mir gedacht, reden wir nicht so lange um den heißen Brei. Wir legen gleich los, Gangbeasts! Das nervt gerade ist ein. Die Folge war eigentlich ganz gut gewesen, naja, für mich war es nicht so gut. Ich hatte oft verloren, aber wir sind wieder 8 Leute und wir hauen die Leute kaputt. Ich habe auch rausgefunden, wie man jetzt auch so schlägt und wie man klettert, genau. Und ich habe gewonnen. So muss das sein. Okay. Das war ein bisschen blöd vorhin. 50 Minuten lang nehme ich auf und dann merke ich dabei ein Fehler. Oder ein bisschen Fehler die ganze Zeit. Und jetzt hauen mir die Leute hier kaputt, Alter. Und das nach, was passiert jetzt? Komm. Ich habe auch rausgefunden. Einer ist abgehauen und das ist wahrscheinlich der. Das ist wahrscheinlich der hier, wo ich gerade raus schmeiße. Und die anderen scheint anscheinend auch da drüben. Wow! Alter, was macht der da? Wo, 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 wo? Nein! Ich hätte nicht hüpfen sollen. Vor allem nicht so, ja. Vor allem nicht zu früh. Naja. Äh. Und der Typ da oben, der Dock, der anscheinend das Seil des Aufzugs kaputt machen. Schafft er anscheinend auch. Das ist ein bisschen schuld. Wir sind doch noch 4 Leute. Ich wollte mich verarschen. Das war es auch nicht so. Das ist ja scheiße. Das ist wirklich scheiße. Oh, jetzt block ich mit ihnen zusammen, wenn die Folge ziemlich schnell vorbei geht. Das ist ja scheiße. Dann legst du noch mal einen drauf. Ja! All in der Boot! Ja! Und Arco Missy 1-20 hat es wieder geschafft! Zwei Punkte! Für den großen Arco! Mit dem großen Arco! Alles klar! Ich hab gewonnen! Na ja, fast gewonnen! Fast! Alter, warum bewegt es da einfach hin? Ich hab den Stick nicht bewegt! Okay, nur kurz! Das war es anscheinend schon... Ja! Ah, diese Map! Ist natürlich so eine Map, wo die Leute auch gerne Faxen machen! Und ich glaube wir sind nur noch zu dritt! So wie es scheint! Ja! Ne, noch nicht ganz! Oh komm! Box, 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 Box! Ja, Box, Box, Box! Immer schön näher auf! Ah ja! Ah ja! Pack ihn! Pack ihn! Ich hab' mit! Ah ja! Ah! 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 Ne, da, da! Schmeiß' ihn raus! Nicht das Teil dahin! Rausschmeiß'n! Jaaaa! So, jetzt gehts rund. Was wollt ihr denn machen, mich hochheben? WTF, was war denn das? Na Doc, was geht ab? Ich mach sie jetzt kaputt. Doch nicht. Ich hab trotzdem Punkt kassiert. Geil. Drei Punkte sogar. Fünf Minuten im Bad. Nicht schlecht mit vielen Leuten. Oh. Ich bin dazwischen gekommen. Scheiße. Ah. Na toll. Na toll. Weiter gehts hier. Oh, ich bin alleine. Ich zieh mal raus. Jo, Kumpel. Ich muss selber ran. Oh, ich bin alleine. Wow. Wow. Ich hätte mich beinahe selber runtergeschmissen. Yeah. Und ich hab geboren. Nein, noch nicht ganz. Geh mir da rüber. Komm. Oh. Oh. Nein. Das war eigentlich nicht gedacht. Waiting for players to connect. Einer hat's keinen Bock mehr gehabt. Alles klar. Erst nur noch zwei Kokotile. Oder Dinosaurier. Wie auch immer. Die haben wir noch ein bisschen kaputt. Den haben wir noch ein bisschen kaputt. Den haben wir noch ein bisschen kaputt. Ein paar Koppennüsse geben. Oh. Ja. Alter. Was ist da los? Was ist da los? Die sich gewurscheln immer hier. Alter. Alter. Die sich gewurscheln immer hier. Alter. Die sich gewurscheln hier. Ja. Ja. Alter. Nein. Ah. Na toll. Oh. Jetzt geht's um die Wurst. Mit drei Leuten Leute. Wow. Gleich nehmen wir sogar neun Minuten auf Containers. Oh. Jetzt geht's um uns. Waaah. Und ich hab mich noch fecht gehalten. Waaah. Ich hat Glück aber ... Yeah ... Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ach komm, ich hab gewonnen! Und das ist doch eine Folge, die diesmal nur 10 Minuten lang ging. Aber es reicht, dafür auch wenn es anfängt, schon ziemlich schnell runter geht mit den Mitgliedern, beziehungsweise Leuten, die einfach keinen Bock hatten und abgehauen sind oder gerade doch, äh, weg mussten. Ich hab keine Ahnung, was mit denen los ist. Am besten wär's mal richtig geil bei Gangbeast, wenn die Leute so richtig bis eine Stunde lang alle 8 Leute drin bleiben würden. Und nicht immer wieder raus schwitzen würden. Das wär echt mal richtig geil. Aber okay Leute, wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Gangbeast! Bis dann! Euer AgroMisi 3 1 2 3 3 3 5 4 5 6 6 7 8 10 7 8